Es gibt neue Windeln von Reas. Schon eine Weile konnte ich diesen Satz nicht mehr sagen, die letzte neue müsste die Kritta Kabus gewesen sein, eine gute Windel, die ich im Praxistest ausführlich ausprobiert habe, dazu gibt es ein eigenes Video. Seit es die Windel-News gibt, ist die Didrima die erste Neuerscheinung von diesem großen Hersteller. Sie ist auch bereits in Europa verfügbar, dazu später noch mehr. Schauen wir uns erstmal an, was das für eine Windel ist. Und sie trägt den Zusatz Mega, wie mittlerweile einige andere von dem Hersteller, dazu gibt es noch ein eigenes Video. Eine Besonderheit sieht man bereits bei den Größen, sie wird in INS, M, L und XL verfügbar sein. Das ist seit einiger Zeit selten geworden, wer die letzten Folgen der Windel-News gesehen hat, weiß, dass es und XL gerne weggelassen werden, vermutlich um Kosten zu sparen. Die Kleinsten und Größten werden von vergleichsweise wenigen getragen, weil die meisten entweder in M oder L passen. Laut der Beschreibung soll die kleinste Größe Small zudem recht großzügig geschnitten sein und für bis zu 94 cm passen. Die Größen überlappen sich aber, da M bereits bei 6 und 70 cm beginnt. Wie sie von der Passform herauskommt, muss ein Praxistest noch zeigen. Zwölf Stück sind pro Packung enthalten. Sie ist wieder durchsichtig mit einem Etikett, wie man es von diesem Unternehmen her kennt. Von der Saugleistung her wird sie mit den 11 Litern beworben, die mittlerweile bei fast allen aus der Mega-Reihe Standard sind. Nur wenige weichen davon ab und diejenigen sollen mehr aushalten. Bei den Motiven setzt diese Windel auf 6 kleine Mäuse, Amelia, mutig und treu, Scout, flink und scharfsinnig, Finn, liebevoll und verspielt, Bri, fröhlich und lustig, Skipper, der Partylöwe, und zu guter Letzt Willow, die sanfteste und schüchternste aller Mäuse. Im Sinne des Namens der Windel spielen die Motive im Himmel, die Mäuse sind vorne und hinten in Ballons unterwegs. Das Außenmaterial soll aus einer weichen Plastikfolie sein. Der Hersteller spricht von einem natürlichen Ness-Indikator, ohne das weiter zu erklären. Ich bin mir nicht sicher, ob sie damit meinen, dass sich etwas an der Windel verfärbt, wie etwa die Pfoten der Little Paws. Oder die Streifen, wie man sie bei medizinischen Windeln öfters sehen kann. Es klingt eher, als ob sie damit die weiße Hintergrundfarbe zusammen mit der Folie meinen, dort kann man von außen schon recht gut erkennen, dass sie nass sind. Im Gegensatz zu Windeln aus Karten oder mit einer kräftigen Hintergrundfarbe. Die neue Windel für Tag Träumer wurde am 12. September 2023 offiziell vorgestellt und ist nicht mehr nur um hauseigenen Webshop des Herstellers aus Kanada verfügbar, man kann sie beispielsweise in Europa auch von Daiperminister kaufen. Alle vier Größen sind verfügbar und kosten 27,90 Euro für eine Packung mit 12 Stück Inhalt, nicht nur 10 Stück, wie bei anderen Herstellern. Der Packungspreis relativiert sich damit auf 2,33 Euro für eine einzelne Windel und ist damit völlig im Rahmen. Alle drei Größen kosten zudem gleich viel. In anderen Shops ist sie inzwischen auch erhältlich, SaveXpress hatte die Windel schon seit mehreren Wochen gelistet, jedoch nicht lieferbar. Das war offensichtlich nur eine Vorbereitung, bis die Ware eingetroffen ist. Mittlerweile ist sie verfügbar, doch zu einem Preis von satten 38,88 Euro pro Packung. Das macht 3,24 Euro pro einzelner Windel, ein stolzer Preis. Hier seht ihr mal wieder, wie groß die Preisunterschiede sein können. Es kann sich richtig lohnen, nicht aus Gewohnheit oder Bequemlichkeit alles in einem Shop zu bestellen, sondern vorher zu vergleichen, damit man zumindest keinen großen Aufschlag bezahlt, wie in diesem Falle. Wie findest du die neue Daydreamer-Windel? Würdest du dir einen Praxistest wünschen? Schreibe es in die Kommentare und ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, wenn dir das Video gefallen hat. An der Seite findest du noch andere spannende Neuigkeiten rund um Windeln. Mach es gut, bleib trocken, bis zum nächsten Mal!